Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Schuhe eigentlich mit einem Hausmittel ganz einfach wasserdicht machen kann und vor allem auch, wie man so einen Imprägnier-Spray richtig anwendet. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Durch das Imprägnieren von so einem Schuh wird dieser nicht nur Wasser, sondern auch Schmutz abweißen und bleibt somit auch viel länger. Deswegen kann ich es wirklich nur jedem zu Hause empfehlen. Zuerst benötige ich mal eine ganz normale Kerze hier, denn das Wachs wird unseren Schuh anschließend wasserfest machen. Ich reibe jetzt also mal meinen Schuh mit der Kerze hier schön ein. Normalerweise sieht man auch relativ gut, wo ich schon alles eingerieben habe. Hier wird es nämlich so etwas weiß und das mache ich jetzt bei mir mal zum Testen. Nur auf dieser einen Seite, dass wir danach einen schönen Vergleich haben, wo das Ganze impregniert worden ist und wo nicht. Die eine Hälfte von meinem Schuh hier ist jetzt komplett weiß, also voller Wachs und jetzt nehme ich mir mal einen ganz normalen Föhn zur Hand. Diesen stelle ich jetzt auf meine heißeste Stufe und anschließend gehe ich mit diesem gleichmäßig über meinen Wachs hier drüber und somit schmilzt das auch. Das mache ich so lange, bis hier nichts Weißes mehr zu sehen ist, denn dann ist das Wachs schön in die Fasern reingegangen und bildet einen sogenannten Lotus-Effekt, was wir natürlich haben möchten. Das Wachs ist schön geschmolzen und jetzt warte ich noch eine kurze Zeit, bis es wieder fest wird. Ich habe jetzt circa eine Minute lang gewartet und jetzt mache ich einfach mal den Test hier mit dem Wasser. Und ich denke, wir können schon relativ gut sehen, dass hier außen, wo das Ganze nicht impregniert worden ist, das Wasser sofort eingesaugt wird. Hier bildet sich auch eine schöne Linie und auf der Seite mit dem Kerzenwachs, da kann ich das Wasser einfach ganz normal abtropfen lassen oder natürlich auch abtrocknen. Und somit ist die Methode mit dem Kerzenwachs jetzt wirklich super geeignet, um unseren Schuh wasserdicht zu bekommen. Natürlich gibt es auch noch so ein spezielles Impregniert-Spray, mit dem das Ganze natürlich noch effizienter geht. Und wie genau man dieses anwendet, das zeige ich euch jetzt. Hierfür sollte ich meinen Schuh am besten mal im Freien auf den Boden stellen, da so ein Impregniert-Spray doch relativ streng riecht und dann im Abstand von circa 20 bis 30 cm mal schön den Schuh von allen Seiten gleichmäßig einsprühen. Das mache ich jetzt mal, bis hier wirklich eine schöne Schicht drauf ist. Anschließend lasse ich diese Schicht trocknen und mache den Vorgang dann erneut. Ich habe es jetzt mal circa 30 Minuten eintrocknen lassen und jetzt gebe ich einfach die zweite Schicht nochmal schön ordentlich drauf. Wenn diese Schicht drauf ist, dann warte ich noch einmal 30 Minuten und wir können unseren Wassertest wieder machen. Weitere 30 Minuten sind um und ich probiere es mal wieder aus. Und ich denke auch hier können wir echt schön sehen, dass hier wieder so kleine Wasserpären gebildet werden. Und somit haben wir unseren Schuh jetzt auch schon wasserdicht bekommen. Noch als Tipp, das Impregnieren sollte man immer machen, wenn man sich so einen Schuh neu zulegt oder wenn man diesen vielleicht in der Waschmaschine davor gewaschen hat, da diese Schutzschicht natürlich auch nicht ewig hält und nach dem Waschen wieder relativ stark runtergegangen ist. Wenn du für zu Hause jetzt nämlich so einen Impregnieren-Spray oder auch gleich neue Schuhe, egal ob für Herren oder Damen, zulegen möchtest, weil deine einfach schon zu alt und zu kaputt sind, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellungen zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Vielen Dank.